So ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir müssen reden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal solche Videos mache. Und dass ich mich mal auf so einen Kindergarten einlasse. Und eigentlich hättet ihr heute ein ganz anderes Video heute Nachmittag, etwa 16 Uhr, bekommen. Nämlich dieses hier. Hallo ihr Lieben, die Videos sind weg. Ich wollte euch nur informieren, einige der Videos, die ich am Freitag hochgeladen habe, dass ich bin Fake Video und noch ein Short habe ich aus den sozialen Medien entfernt. Daran haben sich Personen gestört. Es standen Vorwürfe im Raum von Cybermobbing, Rufschädigung und Falschaussage. Und mir wurde mit dem Anwalt gedroht. So, ich sehe die Kritik persönlich als unberechtigt. Aber wir haben uns reiflich beraten, auch außerhalb unserer Gemeinschaft. Und es lohnt sich nicht, finanziell und vom Zeitaufwand und von der Psyche her, mich da auf irgendeinen Rechtsstreit einzulassen. Und deswegen wollte ich euch nur Bescheid geben, falls ihr darauf wartet, dass ich auf Kommentare reagiere. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe das Video noch nicht vollständig gesehen. Die sind jetzt weg. Ich werde hier unten auch die Kommentarsektion für dieses Video deaktivieren, einfach um auch keinen Raum zu geben, damit niemand von uns sich Angreifer machen kann für den Vorwurf des Cybermobbings. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Weil ich nämlich ursprünglich den Plan hatte, ich verhalte mich wie eine Erwachsene und versuche die Situation zu deeskalieren. Seitdem haben sich allerdings die, ich sage mal, Ereignisse überschlagen. Und wir haben lange gehadert und ich kann das so nicht stehen lassen, was da gerade passiert seit Freitag. Und deswegen muss ich heute noch mal was dazu sagen. So, also allererstes Disclaimer. Dies ist keine Hetzkampagne. Bitte, ich habe in dem letzten Video auch unten drunter ein Post, einen Kommentar von mir angepinnt. Bitte erwähnt in den Kommentaren keine Namen. Zumindest nicht, wenn ihr denkt, ich beziehe mich auf eine bestimmte Person. Nennt bitte den Namen nicht. Diese Person kommt eh hierher und meldet die Kommentare. Deswegen sind nämlich unter dem Freitagsvideo einige Kommentare verschwunden. Geht bitte auch nicht. Fühlt euch von mir nicht dazu aufgefordert, zu irgendwo anders hinzugehen und irgendwo euren Frust abzulassen. Tut es einfach bitte nicht. Dazu habe ich zu keiner Zeit irgendjemanden aufgefordert. Ich sage heute sehr viel zu diesen Punkten. Und vielleicht müssen wir uns auch mal über, das kann ich nachher noch googeln, über das Wort Hetzkampagne und Cybermobbing. Das sind schon zwei Worte unterhalten. Aber gut, so. Ich habe hier an der Überschrift geschrieben, ich werde bedroht und erpresst, irgendwas in der Richtung. Und ja, das ist kein Clickbait-Titel. Ich habe am Freitag ein Video hochgeladen mit der Überschrift Ich bin Fake und dort bin ich auf Vorwürfe eingegangen. Ich habe meine Meinung kundgetan zu Vorwürfen. Und zwar hat bei einem anderen Kanal, für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, haben Menschen in die Kommentarsektion geschrieben und ich habe auch deutlich gemacht, dass es sich um Kommentare handelt. Dass, ähm, also ich habe den Kommentar vorgelesen. Warte mal. Machen wir nachher nochmal, ne? Ich habe mich auf einen Kommentar bezogen, dass ich mich jetzt nur mit meinem Gesicht zeige, weil ich die Idee von irgendwem anderen habe. Ja, es gibt eine Milliarde YouTuber, die mit ihrem Gesicht vor der Kamera treten. Naja, whatever. So, und darauf habe ich Bezug genommen. Und ebenfalls gab es Kommentare, die quasi unser Budget-Bubble, vor allem den vielen Mädels und wenigen Jungs, die gern Sparspiel-Videos machen, uns wird vorgeworfen, unter anderem Fake zu sein. Dass wir uns über alles freuen und alles hypen und nur Werbe-Veranstaltungen machen. Auch dazu habe ich, äh, was gesagt. Und zum Schluss bin ich noch ein bisschen persönlich geworden und habe quasi ebenfalls gesagt, die Betreiberin des Kanals hat mir persönlich Vorwürfe gemacht, zum Beispiel, dass ich nur bei anderen kommentiere, wenn sie tausend Klicks haben, dass ich nur Happy-Mails verschicke, wenn die Leute eine Million Abonnenten haben. Und dazu habe ich Stellung genommen. Das war ein Meinungsvideo. So, nennt man das. In keiner einzigen Sekunde dieses Videos, und ich habe da auch noch zwei Shorts gedreht, habe ich irgendwen dazu aufgefordert, irgendwo hinzugehen und dort Hass zu verbreiten. Nur um das nochmal klarzustellen. Für diejenigen, die das offensichtlich nicht wissen, was Hetze und Cybermobbing ist. So, daraufhin, ähm, habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Ich persönlich habe keinen einzigen davon gelöscht. Außer gestern Nacht, da bin ich von jemandem getrollt worden. Äh, da habe ich, den habe ich blockiert. Also, wenn du das hier siehst, das ist ein Freund von dem Typen, der mich bedroht. Ähm, kann ich auch nachweisen. Ich habe Screenshots. Ähm, die kennen sich. So. Ähm, dich habe ich tatsächlich blockiert. Und zwar der Erste diese Woche, wenn nicht sogar in den letzten Wochen. So, ähm, ich habe auf meinem Kanal diese Woche und heute ist für mich Sonntag, also das schließt die vergangenen Tage mit ein, keine Kommentare gelöscht. So, alle Kommentare, die ihr unter meinem Video seht, sind freundlich und supportive. Und selbst die, die einen Namen genannt haben, haben lediglich gesagt, ja, mir ist auch schon sowas aufgefallen. Und auch das ist weder Hetze noch Cybermobbing. Wir sprechen nachher nochmal darüber, was man unter Hetze versteht. Für, für diejenigen, deren, wo quasi die Meinung mit Fakten verwechseln. So. Nur weil man Hetzkampagne sagt, heißt es nicht, dass Hetzkampagne drinsteckt. Ihr Lieben. So. Ähm, daraufhin, ich habe wohl irgendwie vom Freitag zu Samstag eine E-Mail bekommen. Ich habe die erst Samstagmorgen gesehen. Und in der E-Mail steht inhaltlich sowas wie, ich habe eine E-Mail von einem Mann bekommen. Ich nenne den Namen nicht. Äh, und dass, das Video nicht okay war, was ich da gepostet habe am Freitag. Dass ich dazu zum Mobbing aufgerufen habe. Und dass ich gebeten werde, äh, weiteres zu unterlassen. Da habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Daraufhin wurde ich von der Person auch, äh, via WhatsApp kontaktiert. In vielen, äh, Nachrichten, die ich alle gespeichert habe. Ähm, ähm, dass, äh, von mir gefordert wird, dass ich die drei Videos lösche. Also die zwei Shorts und, äh, das Video. Was übrigens alles satirisch war. Also wer dort den ironischen Unterton nicht verstanden hat. So. Ähm, ich glaube, deswegen ist es auch so gefeiert worden. Wegen meinem satirischen Aspekt. Nur eine Theorie von mir. So, ich soll das runternehmen und ich soll ein Entschuldigungsvideo posten. Bis Montag. Sonst. Ähm, ach so, ja, ich lese gleich Zitate vor. Also sonst, äh, es gibt eine Strafanzeige gegen mich wegen, äh, Cybermobbing und Hetze und Rufschädigung. Es gibt, ähm, äh, ein Anwalt, der beauftragt wird. Genau. Das ist erstmal das. Gut kann man machen, wenn einem etwas nicht passt. Aber ich habe auch folgende Nachrichten bekommen. Ich zitiere. Du wirst sehen, wie es auch andersrum laufen kann und das möchtest du nicht. Ich habe genug Leute, die ich kenne, die das, was du da in Form von gestern bis heute abgezogen hast, genauso abziehen können. Äh, und dass ich dann bei YouTube, ich bei YouTube wieder von vorn anfange, ich habe es Freitag gemeldet, Samstagmorgen und werde es auch weiterhin tun. Das ist so die Zusammenfassung. Es gab noch tausend andere Nachrichten. Aber um den Kernaspekt, also, wenn ich mich jetzt nicht bis Sonntag entschuldige und die Videos runternehme, Strafanzeige, Anwalt, ähm, mein Kanal wird sowieso die ganze Zeit gemeldet und das Video und, äh, man kennt andere Leute, die dann gegen mich mobilisiert werden, um meinen Kanal platt zu machen. Also, ähm, das Ziel ist, das hat er später auch nochmal gesagt, quasi, dass mein Kanal gelöscht wird. So, wegen meinen unlauteren Tätigkeiten. So, äh, Spatze und ich haben uns beraten. Auf der einen Seite wollte ich dazu Stellung nehmen und auf der anderen Seite dachten wir uns, wenn ich jetzt dieses, so ein Video mache, wird das weiter eskalieren. So, ähm, worauf ich tatsächlich kein Bock habe. So, aber, ähm, ich habe dieses Video schon gedreht, ihr habt es ja gesehen, ich habe das tatsächlich schon am Samstag gedreht, ich habe es auch als nicht gelistet hochgeladen, ich habe es auch anderen, äh, gezeigt und gesagt, ne, und mir wurde geraten, das Video übrigens genau so zu drehen, also keine Entschuldigung, sondern es genau so zu drehen. So, neutral und wertfrei. Euch lediglich zu informieren, dass die Videos gelöscht werden. So, und ich habe mich dann noch entschieden, die Kommentar-Tar-Sektion, ähm, zu deaktivieren. So, das Problem, was ich damit habe, wenn die Gegenseite dieses Video gesehen hätte und keine Entschuldigung, wäre die Sache sowieso eskaliert. Ich habe ja auch keine Schuld zugegeben. So, und da habe ich mich mit Spatzep beraten und mir wurde ja sowieso angedroht, dass die ganze Zeit versucht wird, meinem Kanal zu schaden. Ne, wie gesagt, es wurden ja mittlerweile jetzt auch Leute zu mir geschickt, ähm, die mich in den Kommentaren nerven und höchstwahrscheinlich weiterhin meinen Kanal, äh, versucht wird zu melden. Ich habe auch noch einen anderen Screenshot. Mir hat die Person, also dieser Mann, ebenfalls unter ein Video geschrieben und zwar, das Video, wo ich mich bedankt habe, dass, dass ihr alle da seid. Glückwunsch auch von mir, hätte es mal lieber auf Spatze hören sollen, also ich hatte überlegt, das Video am Freitag auch zu machen. Wie in meiner Mail bereits geschrieben, Konsequenzen folgen, könnte man ja fast schon sagen, dass so viele User nicht mit richten Dingen zugehen. So, und in unserem Gespräch bei WhatsApp entnehme ich auch, dass die Person mir unterstellt, Follower gekauft zu haben. Ich sage öffentlich, ich habe bei YouTube, bei beiden Kanälen noch nie irgendwo Follower gekauft. So, äh, ich hatte jetzt einen rasanten Anstieg von mittlerweile knapp 300 Abonnenten seit Freitag. Ähm, ich unterstelle, ich vermute, ich vermute, wir wollen es ja juristisch glatt machen, und ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt sogar noch jemand Geld ausgibt, um mir Fake-Follower oder Fake-Vorbeizuschicken, um dann erst recht einen Grund zu haben, mich bei YouTube zu melden. Ist eine Vermutung. So, für alle, die nicht wissen, was es ist. Ähm, weiß ich aber nicht. Ich kann es natürlich nicht beweisen. So, das ist jetzt das, was im Raum steht. Und wenn ihr dieses Video seht, das bleibt ja jetzt noch abzuwarten, für mich. So, ähm, dann haben wir uns entschieden, das so nicht stehen zu lassen. Und alle, die jetzt sagen, Mensch, das war ja vielleicht nicht so schlau, dass mir sowas, solche Drohgeschichten, geschickt werden, das kann ich ja meinem Anwalt geben. So, das ist das eine, auf was ich eingehen wollte. Bitte, ich trinke mal einen Schluck. Also, man versucht mich eigentlich zu erpressen und droht mit Anwalt, Polizei und Zerstörung meines Kanals. Ähm, wenn ich nicht die Videos lösche. So, und wenn ihr euch die Videos vom Freitag anschaut, ähm, ich weiß halt nicht warum. Also, ja, da hat sich wahrscheinlich eine Person kritisiert gefühlt. Das mag sein, aber sowas passiert. So, und jetzt gehe ich mal noch auf was anderes ein und, äh, dann sage ich auch noch mal was dazu. Also, ähm, eine andere Person, die Kanalbetreiberin, um die es ging, hat öffentlich ein Statement verfasst, in dem steht, Es wurde Rufmord und eine Hetzkampagne gestartet und ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Wie es demnächst weitergehen wird, wird sich herauskristallisieren. Und, ähm, ich lese gleich noch was anderes vor. Wir googeln jetzt mal gemeinsam das Wort Hetzkampagne. Als Schmutzkampagne werden gezielte, ich bin jetzt bei Wikipedia, Maßnahmen bezeichnet, die den Ruf einer Person, einer Gruppe oder Institution beschädigen sollen. Dazu wird die öffentliche Meinung durch Lancierung falscher oder verfälschter Informationen sowie entsprechender Meinung manipuliert. Im Extremfall kann aus der Schmutzkampagne eine Hetzkampagne werden, das heißt, die ist noch oben drauf, die die Zielperson durch bewusste Mobilisierung von Hass und Aufrufen zur Gewalt an Leib und Leben bedroht. Mir wird eine Hetzkampagne unterstellt. So. So, und eine Hetzkampagne ist eine bewusste Mobilisierung von Hass und Aufruf zur Gewalt an Leib und Leben. Das ist sowas wie verbrennt alle Hexen. Ja? Oder, äh, ihr wisst doch, dass alle Menschen mit roter Haarfarbe, dass man denen noch nie getraut hat, geht bitte alle hin, haltet die Augen offen, schaut euch das Verhalten dieser Person an. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass Menschen mit roten Haaren nicht gehört, dann nehmt die, geht hin und sie. das ist eine Hetzkampagne. Wer daraus jetzt relaten kann zu dem, was ich gesagt habe, also, so, davon abgesehen, was ich am Montag, am Freitag gemacht habe, ich habe Stellung genommen zu Kommentaren, ne, zwei, äh, zwei Punkte habe ich angesprochen und ich habe Stellung genommen zu einer, äh, zu Vorwürfen, die eine andere Person mir macht. Das ist mein gutes Recht. So, da kann jetzt auch kein Anwalt kommen und sagen, das darf ich nicht und, ja, ich tue es öffentlich. So, stellt euch mal die ganzen Politiker vor, alle, die im Bundestag sagen, uh, die AfD, die hat ja einen Vorschlag gemacht, dem sollten wir nicht zustimmen. So, oder alle Meinungs-Youtuber, die hingehen und sagen, Oliver Pocher ist ein Sexist und, äh, in seinen ganzen Videos, da mobbt er die ganzen anderen Leute, die könnten ja den ganzen Tag verklagt werden wegen Hetzkampagnen und Cybermobbing. Ich glaube, manche Leute sind sich nicht bewusst, was Hetzkampagnen und Cybermobbing sind. So, also jeder, der mir unterstellt, was hier die letzten Tage gelaufen ist, dass das eine Hetzkampagne oder Cybermobbing ist, ich darf hierhin jemanden beleidigen, ne, aber, deswegen mache ich es nicht. So, und dann noch was, ähm, es wurde ja immer, ich habe ja hier keinen Namen genannt, obwohl sie dann in den Kommentaren gefallen sind, ich habe einen Namen bei Patreon genannt. So, und die Person behauptet ja auch, äh, ich habe keinen Namen, auf YouTube im öffentlichen Patronraum oder anderen Teilen des Netzes verwendet, um eine Person explizit in den Dreck zu ziehen. In den Dreck habe ich auch niemanden gezogen. Ich könnte dafür selbst Beweise aufzeigen, wäre dann aber nicht besser. So, äh, der Mann hat mir ein Screenshot geschickt von einem Chatverlauf bei Patreon, wo der Name von der YouTuberin erwähnt wurde. So, dieser Chat, äh, dieser Screenshot ist aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Äh, ich habe mir fünfmal den Chatverlauf jetzt vom Patreon durchgelesen, wann dieser Name gefallen ist, zu welchem Zeitpunkt und warum. Und ich kann euch sagen, das kann nicht gegen mich verwendet werden. Das ist, äh, nicht korrekt. Und jetzt sage ich euch noch was zum Thema Patreon. Und dann sind wir wahrscheinlich fertig. Ich bedauere sehr, hat die Person ebenfalls geschrieben, ist alles öffentlich, ne, ich zitiere nur. Ich bedauere sehr, wie die ganze Situation bewusst so beeinflusst wurde, um mir direkt zu schaden. Durch Fake-Kommentare unter meinem Video, die von einer Person und ihrer Patronin, also eventuell von mir, ich könnte gemeint sein, geschurt wurden, um dann explizit aus den Kommentaren heraus ein Cyber-Mobbing zu starten. Allein dieses Video hat explizit, also ich, einen Kommentar vorgelesen, der aus dieser Runde entsprungen ist. Ich habe alle Kommentare gemeldet und jeder, der in Zukunft meinen Namen in den Schmutz zieht, wird Konsequenzen haben. Deswegen, sie hat die Kommentare gelöscht, wo ihr Name genannt wurde. So, und jetzt halten wir uns mal fest. Ich, wo ist mein Handy? Ich, äh, ich habe da noch ein bisschen was vorzulesen. Ich lese noch mal den Kommentar vor, auf den ich, ähm, Freitag eingegangen bin. So, ich habe eins sehr gerne andere Kanäle geschaut, Miss Minimi, gemeinsam sparen, etc. Jedoch sind die mir inzwischen nur noch auf Profit aus. Man merkt es jedoch, dass auch dort ein kleines Umdenken stattfindet, in Form von, wir zeigen uns auch einmal oder stellen uns vor. Von wem sie das wohl haben, bleibt ein Geheimnis. So, also wo ja mir vorgeworfen wurde, ich hätte jetzt diese Idee geklaut, mich vor die Kamera zu stellen. Ähm, also in diesem öffentlichen, auf was ich mich beziehe, weil ich zitiere, werde ich es vielleicht mal, das und Wikipedia werde ich mal in, äh, unten in die, äh, in die Dings-Sektion hier schreiben, in die Infobox, weil ich habe es ja zitiert. Äh, meine Chatverläufe kann ich natürlich nicht in die Infobox stellen. Ähm, ich habe also etwas gegen diesen Kanal, ja, äh, ich habe ja am Freitag gesagt, ich hatte mit ihr schon mal ein Streitgespräch, weil vor einigen Wochen ist mir aufgefallen, da hat sie ein Video veröffentlicht, wo ganz viele Leute Dinge gesagt haben und wo ich gesagt habe, dass du polarisierst hier ein bisschen, ansonsten würden die Leute nämlich das nicht sagen in die Kommentare. Ähm, und das fand ich nicht so gut und daraufhin hat sie mir ja vorgeworfen, den ganzen anderen Schnulli, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. und dann hat sie am, ich glaube Donnerstag war es, nochmal ein Drahtsch-Video hochgeladen, wo dann dieser Kommentar unten drunter stand. So, ich habe also, um jetzt zusammenzufassen, was sie mir vorwirft, ich habe, also etwas gegen diesen Kanal, möchte diesen Kanal schaden und deswegen habe ich aus langer Hand geplant, bin zu meinen Patreons gegangen, habe gesagt, schreibt mal bitte alle, äh, Kommentare, die mir und unserer Community schaden, dort unter das Video, damit ich was habe, worüber ich mich aufregen kann, damit ich hier auf YouTube meine Mobbing-Kampagne starten kann. Das steht hier. Und wenn ich begriffen hat, was für eine verrückte Verschwörungstheorie das ist, also selbst Dan Brown könnte nicht so ein Verschwörungsroman schreiben, vielleicht doch, äh, dann weiß ich auch nicht. Also wer das glaubt, dass ich zu Patreon gegangen bin und ich lese euch mal Kommentare vor, die unter dem alten Videos standen. Ich habe nur ein paar kopiert. Ich habe nicht, äh, ich habe nicht alle gescreenshottet. Da steht zum Beispiel, hallo, hm, es ist wirklich schön und ein sehr schönes offenes Video. Äh, wie andere hier in den Kommentaren schon beschrieben haben, kommen auch mir die Spielvideos oftmals wie Verkaufssendungen vor. Hört sich vielleicht den einen oder anderen sehr hart an, aber so empfinde ich es. nächster Kommentar, hallo, hm, ein ganz tolles Video. Das mit den Spielen ist zwar schade, aber bei manchen deiner Kolleginnen, die übertreiben es. Noch ein Kommentar, hallo, hm, du sprichst mir aus der Seele. Empfinde viele YouTuber mit ihren Sparspielen inzwischen wie eine Werbeveranstaltung. So, mehr habe ich nicht kopiert. Ich könnte sicherlich noch welche finden, die ein bisschen negativer sind. Darum ging es mir aber gar nicht. So, ne, ganz viele von solchen Kommentaren waren unter dem anderen Video und solche Kommentare bekommt man nur, wenn man in dem Video auch etwas gesagt hat, was solche Kommentare triggert. Ne, es ist ja nicht so, dass ich über Löwenzahn rede und die Leute schreiben mir irgendwas hin über Schornsteinfeger. Die werden wahrscheinlich auch was zum Thema Löwenzahn, Wiesen, Butterblumen schreiben. Ja, also wenn ich was sage, spiegelt sich das in den Kommentaren wieder. Wenn es also ganz viele solche Kommentare gibt, dann hat die Person in dem Video etwas gesagt, worauf die Kommentare sich beziehen. Und darüber ging es damals in unserem Streit. So, mir wird jetzt aber vorgeworfen, öffentlich, dass ich zu Patreon gegangen bin und meine Patreons dazu aufgefordert haben, genau sowas zu schreiben, damit ich einen Grund habe für meine Mobbing-Kampagne. So. Falls sich jetzt der eine oder andere angesprochen fühlt, es ist völlig okay, wenn man findet, dass Sparspiele überteuert sind. Es ist völlig okay, wenn man findet, dass wir Budgetmädels, die ganz gerne spielen, die Spielverrückten, dass wir übertreiben. So. Es ist auch völlig okay, zu kritisieren, dass es teilweise, dass wir sehr viel Werbung machen. Das ist alles berechtigt. Ich möchte nicht, dass ihr euch scheut, solche Kritik zu äußern. So. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe damals mich unterhalten mit der YouTuberin. So. Weil sie selbst Dinge verkauft für die Budgetmethode und sie möchte ja, dass die Leute diese Produkte kaufen. Aber, ne? So. Und deswegen hatten wir dort ein Gespräch über das Thema. Das kann ich ja jetzt auch offen sagen, warum man quasi so, ich sage es mal in Anführungszeichen, verkaufsschädigend agiert. Und, ja. Ich kritisiere nicht die ganzen Leute, die finden, wir sind total meschucke. Das ist euer gutes Recht. Ja. Sondern, ich wollte halt bloß am Freitag sagen, ja, das heißt aber nicht, dass ich fake bin. Das heißt nicht, dass ich geldgelb bin. Sondern ich spiele die Videos halt auch, weil es mir Spaß macht. Und andere Leute, die unsere Sachen kaufen, tun das, weil es ihnen Spaß macht. Und das heißt nicht, dass sie blöde sind. Aber apropos, ich habe noch ein Zitat, ein letztes. Und zwar, ihr feiert mein Video nur, weil ihr alle Hartz IV seid und Big Brother mögt. Deswegen fandet ihr am Freitag mein Video so gut. Nicht, weil ihr fandet, dass ich ein paar Punkte habe. und nicht, weil ihr Sparspiele mögt und sagt, yo, Susan, zum Glück hast du, bist du aufgestanden und hast was gesagt. Sondern, der Mann findet, ihr seid quasi alle nur Hartz IV. Und ich würde sagen, ich glaube, er unterstellt euch damit, dass ihr Unterschicht seid. Aber, das vermute ich nur. So, mit einer Vermutung aufstellen, ist ja hier ein Meinungsvideo. Und nein, das, was ich mit diesem Video hier gemacht habe, ist keine Rufschädigung. Ich habe reagiert auf Vorwürfe, die man mir gemacht hat. Das darf ich im Internet. Wirklich. Wirklich. Ich darf das. Das ist völlig in Ordnung. Und, wer jetzt nochmal behauptet, dass das hier Rufschädigung und Cybermobbing ist, dann werde ich vielleicht dagegen vorgehen. Weil irgendwann reicht es. So. Und ich mache halt auch dieses Video, weil ich bedroht werde und weil man mir damit droht, meinen YouTube-Kanal fertig zu machen. Und ich möchte, dass ihr das wisst, dass ein Mann mir damit droht, der aus irgendwelchen Gründen meine WhatsApp-Nummer kennt. Ich habe es ihm nicht gegeben. So. Ähm. So. Und jetzt, nachdem ich mir das von der Seele gesprochen habe, überlege ich, ob es mir wert ist, dieses Video auch hochzuladen. Denn nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, wird hier wahrscheinlich irgendwas eskalieren. So. Das ist jetzt eine Kosten-Nutzen-Abrechnung meinerseits. So. Weil eigentlich habe ich keine Lust, irgendwelche Anwälte zu bezahlen und irgendwen zu verklagen oder verklagt zu werden. Aber ich habe halt auch Punkte auf meiner Seite. Ich habe das alles gescreenshottet. Ja. Selbst wenn jetzt dieser komische andere Kommentar, wenn irgendwelche Sachen jetzt gelöscht werden, ich habe das auch alles gescreenshottet. Und ich kann euch sagen, bei Patreon ist nichts Unrechtes passiert. Ich habe hypothetisch gesagt, stellt euch vor, ihr seid in einem Chat mit zehn Arbeitskollegen und schreibt dann hier die Birgit, ich glaube, die geht fremd. So. Ich bin aber mit ihrem Mann befreundet. Was würdet ihr mir raten? Ich will jetzt nicht die Ehe von dem Mann riskieren. Das würde mir schon leid tun. Aber ich finde es auch nicht okay, dass die Birgit fremd geht. So. Und darauf antworten dann die Kollegen. Diese Frage zu stellen ist auch keine Hetzkampagne. So. Also lieber und lieber von wem die Drohnen kommen. Alles, was ihr gescreenshottet habt, könnt ihr nicht gegen mich verwenden. Das ist unhaltbar. Also wirklich, sie behaupten, ich hetze und sie hätten dafür Beweise, aber ich weiß ja, was dort steht. Und meine Patreons übrigens auch. und nach diesem Post stand, war dort Unklarheit. Weil außerdem hat sie meinen Patreons vorgeworfen, sie zu mobben, sie zu Menschenrechtsverletzungen. So. Was ich auch irgendwie unfair finde. So. Und nochmal zum Abschluss. Ich fordere niemanden von euch dazu auf, jetzt in irgendeine Aktion zu treten. Ich habe dieses Video nur gemacht, um Stellung zu nehmen zu den Vorwürfen, die mir gemacht wurden. Und tatsächlich auch, um meinen Kanal zu schützen. Denn jetzt wisst ihr, dass jemand aktiv seit Freitag versucht, mit Kumpels meinen Kanal platt zu machen. So. Das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, so ein Video kommt nicht nochmal. Aber wer weiß. Wer weiß.